Hallo miteinander. Normalerweise findet ihr hier auf dem Kanal echt viele Brettspiele und so, aber heute gibt es noch was ganz anderes, nämlich ein Puzzle. Tatsächlich puzzle ich im Herbst immer ganz gerne und im Winter. Das ist auch mit Kindern gerade eine gute Möglichkeit, irgendwie auch an einem schönen verregneten Sonntag ein bisschen Zeit totzuschlagen. Das größte Problem ist immer die Auswahl des Motivs und wie viele Teile nimmt man und dann hat man irgendwie so einen Delfin, der in den Sonnenuntergang springt und irgendwie ist das auch nicht so richtig das Wahre. Ich habe als Kind gerne diese Dreieckskästen, Mordio hießen die damals, oder der Künstler hieß Mordio oder heißt Mordio, gebastelt und gepuzzelt und das war echt ganz schön. Aber ich wurde letztens angeschrieben von einer Firma namens Unidragon und die haben wiederum gesagt, hier Andreas, wir haben ein neues Produkt und das ist ein Puzzle in Kombination mit einem Spiel. Unidragon sagte mir gar nichts, musste ich googeln und festgestellt, die haben vorher schon Puzzle gemacht und zwar solche Puzzle hier, nämlich so, ja sieht man es gut, da ist ein Ballon, genau. Also Sachen, die halt so eine bestimmte Form haben, also irgendwie schon außergewöhnliche Puzzle und außerdem aus Holz. Und diese Puzzle waren tatsächlich ganz interessant und deswegen habe ich gedacht, alles klar, schickt mir mal zu, aus dem laufenden Kickstarter gerade, der jetzt eigentlich schon abgelaufen ist. aber es wird dir wohl auch noch ganz normal im Retail geben. Schaut es euch gerne an. So, darüber möchte ich euch ganz gerne berichten, denn mittlerweile habe ich alles fertig gepuzzelt. Es handelt sich um vier Puzzle von jeweils 250 Teilen, also zusammen 1000 Teilen und dazu soll es halt irgendeine Form von Spiel geben. Jetzt kann ich von vornherein schon mal sagen, also ein Spiel in dem eigentlichen Sinne, wie ich es verstehe, gibt es dort nicht. Es gibt wohl Suchbilder, also sogenannte Suchsel vielleicht, dass man auf diesem fertigen Puzzle nachher gucken muss, wo ist der Ninja und die Mumie, wie viele Sterne findest du, finde die drei roten Kisten etc. Wenn man fertig ist mit allen vier Puzzlen, gibt es auch noch eine übergeordnete Queste und auf jedem einzelnen Puzzle gibt es noch eine Hauptqueste, denn zu diesem Puzzle gibt es eine kleine Geschichte und die Geschichte ist wie folgt. In dem schönen Land Cappadocia ist die Prinzessin entführt worden und wir sind der Prinz und wir müssen die Prinzessin retten oder finden vielmehr. Und das tun wir halt über den Verlauf dieser vier Puzzleteile. Als ich das Ding ausgepackt habe, ist mir doch die tatsächlich sehr hohe Qualität, Achtung, jetzt kommt erstmal ein bisschen Praise hier vor Ort, also mir ist die sehr hohe, gute Verarbeitung aufgefallen. Das Puzzle hat einen sehr, sehr guten, schönen farbigen Druck. Es ist wirklich, wirklich schön und liebevoll gestaltet. Die einzelnen Puzzle an sich haben total viele Details. Man findet diesen kleinen roten Ninja auf den weiteren Puzzlen wieder. Die sind durchnummeriert von 1 bis 4 und es ist eine wirklich, wirklich gute Passform. Also man kann die Puzzleteile sehr bequem ineinander prökeln, ohne dass man irgendwie irgendwas abfeilen muss oder drücken muss oder keine Ahnung was. Dazu haben die Puzzleteile eine echt abgefahrene Form teilweise. Also es gibt zum Beispiel ein kleines Teil mit einem Minotauren drauf. Da sind zwei so Sperrträger, die halten gerade die Minotauren in Schach. Und das Puzzleteil selbst hat die Form eines Minotauren. Und das habe ich vorher noch nirgendwo so gesehen, dass Puzzleteile wirklich eine ganz alternative Form auch haben. Also insofern sind die 250 Teile nicht ganz so einfach zusammen zu schrauben wie bei einem normalen Puzzle. Aber es ist jetzt auch nicht furchtbar schwierig. Also ich glaube, Expertenpuzzler wären da ein bisschen unterfordert. Aber passionierte Puzzler, die sagen, boah, ich hätte mal Bock, mich hinzusetzen, um mal an zwei Nachmittagen was zu machen, die kommen mit so einem Puzzle ganz gut hin. Also meine Tochter ist ja zehn, der Kleine ist fünf und die haben auch mitgemacht. Theo hat diese Ballons zusammen gepuzzelt und ist damit auch ganz glücklich gewesen. Charlotte hat da nicht so richtig viel Geduld. Immer mal wieder ein bisschen was, wenn sie was hatte, dann gut. Ansonsten sind die Puzzle auch dadurch ein bisschen einfacher gestaltet, dass die farblich unterschiedbare Bereiche auf dem Puzzle haben. Also der Himmel ist blau, da gibt es aber so eine Stelle, wo dann alles so ein bisschen pink und orange ist und die verschiedenen Plateaus, wo die Leute drauf sitzen und Kaffee trinken, die haben unterschiedliche Farben. Also da kann man durchaus sehr gut die Teile dann sortieren und dann bleiben nachher nicht mehr richtig viele über, wo man dann überlegen muss, wohin. So. Ja, soviel erstmal zu diesem schönen Puzzle. Jetzt frage ich mich natürlich genauso wie ihr auch gerade, was ist denn jetzt der Spieleanteil? Tatsächlich gibt es jetzt keinen großen Spieleanteil. Es ist ein Suchsel, man sucht darauf die Personen. Es gibt eine App, die man benutzen kann und mit der man dann kleine Sachen auf diesem Puzzle dazu bringen kann, sich zu animieren. Das ist echt ganz schön gemacht. Und die die Hauptqueste dieses einzelne Puzzles quasi dann lösen für einen. Das ist wirklich ganz gut gemacht. Und es gibt halt noch eine Abschlussqueste, eine große, wo man dann nochmal ganz abgefahrene Sachen damit macht. Was ich auch schön finde, ist, mir ist es vorhin hingefallen, hier es gibt so kleine Standees, mit denen man die Front des Puzzles hinstellen kann. Einfach so ins Regal oder vor sich hin, damit das ganze Ding halt als Vorlage dient, wenn man denn puzzeln möchte. So sieht es dann ungefähr aus. Und das ist tatsächlich jeweils viermal drin. Man könnte, also wenn man wollte, sich die Dinger nachher auch dekorativ in den Schrank stellen. Aber das mache ich jetzt eigentlich eher nicht so. Wie gesagt, das Puzzle selbst hat ein echt schönes Motiv, ist gut gelungen, rundum nicht verkehrt. Also, wo ist mein Problem damit? Es ist der Preis. Mir ist schon klar, dass man ein Holzpuzzle in der Qualität nicht für 2,50 irgendwie beim Kick kaufen kann. Natürlich muss das irgendwie auch seinen Preis haben. Wir befinden uns da mit Sicherheit in einem Premium-Puzzle-Segment. Und das ganze Ding kostet zusammen im Kickstarter, ich weiß nicht, ob es nachher teurer wird, 150 Euro. Das ist ein Brett. Also, es ist schon echt richtig viel Geld. Ich glaube, es wäre nichts, was ich mir jetzt selbst kaufen würde. Also, dafür puzzle ich einfach nicht gerne genug. Ich glaube, es ist was, wo man einem Puzzle-Liebhaber vielleicht eine große Freude mitmachen könnte. Wenn der jetzt gerade vielleicht zu Weihnachten wenig ein Geschenk sucht, das wäre vielleicht noch was. Aber ich glaube, eher auch aus dem Grund, weil es halt wirklich so ein Premium-Produkt ist und ihr einfach selber euch das vielleicht nicht so richtig gönnt. Aber wenn man das Geschenk bekommt, dann nimmt man es natürlich sehr gerne und freut sich drüber. Und einmal gepuzzelt lässt es sich ja dann auch eigentlich nochmal ganz gut weiter verschenken. Tja, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz was zum... Das alles bis jetzt war ja spoilerfrei für diejenigen, die gerne gespoilert werden wollen. Die können jetzt gerne dranbleiben. Und jetzt kommt der Spoiler-Teil. Achtung! So. Also, in dieser Queste geht es ja darum, dass man die Prinzessin findet und den Prinzen. Und auf jedem Puzzle befinden sich jeweils so kleine Abschnitte, wo so Puzzleteile drin sind, die dann ein Teil vom Prinzen sind oder ein Teil der Prinzessin. Und die Hauptquest ist nachher, alle diese Dinge mit so einem kleinen Knetdingen aus dem Puzzle rauszuholen und aus diesen einzelnen Puzzleteilen jemals ein neues Puzzle zu machen und daraus den Prinzen, eine Prinzessin und einen Heißluftballon irgendwie zu formen. Das ist echt ganz schön gemacht. Und es ist auch irgendwie ganz cool, dass man aus diesen verschiedenen vier Puzzlen einfach noch mal ein neues Puzzle machen kann. Die Questen darauf sind aber echt nicht besonders schwer, zumal man sich ja schon beim Zusammenpuzzlen eigentlich alle Puzzleteile doch sehr genau anguckt, um zu gucken, welche Farbe haben die Steine hier, das passt zu den Steinen hier. Und da sieht man schon eine ganze Menge. Also die Queste auf dem ersten Puzzle ist Finde das Schwert des Prinzen. Das haben wir aber sofort gefunden, weil wir es beim Zusammenbauen schon gesehen haben, weil es in irgendeinem Heißluftballon steckte und wir uns gedacht haben, so, hey, was macht das Schwert denn da? Als wir nachher quasi durch das Labyrinth dieser Heißluftballons uns haben führen lassen, war es jetzt keine Überraschung, dass wir halt bei dem Schwert geändert sind. Also es war tatsächlich ein bisschen eine, die Aufgabe war ein bisschen zu leicht. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was anders machen können. Vielleicht auch noch mehr arbeiten können mit den Puzzleteilen selbst, indem man die Form noch nutzt und so weiter, der nie verschmilzt ja im Grunde genommen mit dem Puzzle. Und erst dadurch, dass man sie dann nachher hätte finden können, ich weiß es nicht genau. Also unterm Strich kann ich nur sagen, für mich wäre es jetzt tatsächlich zu teuer. 150 Euro ist einfach für mich viel zu viel für ein Puzzle, weil der Wiederspielbarkeitswert einfach nicht so hoch ist. Wenn ich für 150 Euro in ein Brettspiel investiere, dann kann ich das spielen und spielen und spielen und habe da mit Sicherheit 10, 12, 14 Abende Spaß dran, bis man langweilig wird, wenn die überhaupt so oft gespielt werden. Aber ein Puzzle macht man halt einmal. Das waren jetzt tatsächlich 4, 5 Abende oder Nachmittage, die wir zusammen gepuzzelt haben. Jetzt ist das ganze Ding fertig und es geht an einen Freund weiter. Und insofern war es das jetzt mit Quazzle für mich. Gut. Schaut trotzdem gerne rein. Wenn ihr passionierte Quazzler, Puzzler, wie auch immer seid, guckt das ganz gerne an. Und vielleicht ist es ja wirklich was, wo ihr jemand, der sehr Puzzle-affin ist, eine doch sehr ungewöhnliche Überraschung machen könnt. Wenn ihr noch andere geile Puzzletipps für mich habt, dann lasst ihr mir gerne da. Jetzt der Herbst kommt und ich habe Bock. Also vor allem hätte ich Bock, mal was zu machen, was wirklich Puzzle und Brettspiel zusammen vermischt. Aber sowas Richtiges in der Richtung habe ich noch nicht gesehen. Und ihr? Gut, das soll es gewesen sein. Ich winke und sage bis bald. Tschüss.